Dieser schicke und dennoch praktische Ford Transit Custom Kombi als Acht-Sitzer in Trendausstattung könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 D-Temp-Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Eine Schiebetür und Doppelflügeltüren hinten. Erleichtern den Einstieg und das Beladen. Hinten finden bequem 6 Passagiere Platz. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten volle Sitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Transit schützt Sie rund um mit ABS, ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der Heizbahnfrontscheibe. Die Klimaanlage mit Polyfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch ein Bluetooth-Freisprecher vom Typ SICK. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. In diesem schicken und dennoch äußerst praktischen Ford Transit Custom Trend mit Automatikgetriebe. Und seine umfangreichen Ausstattung, wenn Sie viel Spass haben. Und damit nichts passiert, hat der Wagen 2 Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wiesmann. Vorher zu sehen. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wiesmann. Das Team von Wiesmann. Das Team von Wiesmann. Die Woche habe ich mir bei,